Musik Na ihr da draußen, na was ist los mit euch? So und zwar wird das hier ein kleines Infovideo werden und zwar für mein 300 Abonnentenspe... Äh, ja jetzt verhaspel ich mich schon Ups Für mein 300 Abonnentenspecial, jetzt hab ich's Und zwar hab ich mir gedacht, dass ihr mir Fragen unter dieses Video stellen könnt und ich die denn auf jeden Fall in mein Abonnentenspecial alle mit reinfließen lassen werde und zudem will ich mich da dann auch nochmal bei allen Leuten bedanken die mir irgendwelche Bildchen gemalt haben, die mir Intros erstellt haben oder was weiß ich denn alles Natürlich will ich mich auch bei denen später noch bedanken die, äh, naja, mit denen ich halt Videos gemacht habe Freue mich auf jeden Fall Ne, ja, oh Gott schön Und, ähm, wie gesagt, ich will jetzt hier auch ehrlich gesagt nicht so wirklich viel reden weil das ja jetzt noch nicht dieses 300 Abonnentenspecial ist Aber... Dankeschön! 300 Abonnenten! Oh mein Gott, ihr seid einfach nur der Hammer, Leute Wisst ihr das eigentlich? Ich freu mich so ein Keks Ihr seid einfach nur die Besten Und, ähm, ja, was kann man da einfach noch anderes zu sagen Außer auf die nächsten 300? Keine Ahnung Ich freu mich jetzt einfach schon mega übelst darüber Und, ähm, freu mich auf jeden Fall auf eure Fragen Und dann würde ich doch mal sagen Ähm, tschüss, bis bald, ne? Und danke! Ihr seid so toll! Möp, 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 möp Und, ähm, möp, 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 möp